Hallo, ich bin Gina Kolbach von SK Laser. Wir sind heute auf der Hannover Messe und zeigen unseren Coltronic Faser Laser, der automatisch mit einem Roboterarm bestimmen wird. Ich starte jetzt einmal den Laser und als erstes wird der Roboterarm den Laser öffnen. Nun nimmt er sich den Stift, saugt ihn mit Rumpelung ein und setzt ihn in unsere Maschine. Als nächstes wird die Tür automatisch verschlossen. Nun findet der Laservorgang statt. Jetzt ist der Laser fertig, der Roboter nimmt den Stift wieder heraus und wird danach die Tür schließen. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.sk-laser.de Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.